Riskiere keine unangemessenen Geschenke. Erstelle eine Wunschliste für dich und dein Kind in der Volo App und sende einen Buchungslink an deine Familie für Geburtstage und Weihnachten. Du bekommst genau das, was du dir gewünscht hast und keine unnützen Dinge. In der App siehst du die Wünsche deiner Liebsten und kannst sogar heimlich deine eigenen Geschenkideen das ganze Jahr über für sie aufschreiben. Wenn du etwas von der Wunschliste deines Bruders buchst, wird Volo ihnen die Überraschung nicht verraten. Jedes Jahr werden auf der ganzen Welt Milliarden von Dollar für nutzlose Geschenke ausgegeben, die unseren Planeten unnötig belasten. Lasst uns unsere Natur und unser Geld sparen. Lasst uns nach Geschenken fragen, die wir wirklich brauchen. VoloWishlist.com Deine Online Wunschliste